Kolo Mouani, der wechselt jetzt doch noch zu Paris und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt hat wieder ein Stinke-Peter seinen Willen bekommen. Oder ist es eine Win-Win-Win-Situation für alle? Also ich habe immer bei solchen Wechseln, wenn Profis versuchen zu streiken, den ersten Impuls, lass sie auf der Bank sitzen, bis der Vertrag zu Ende ist. Dass das nicht der Realität entsprechen kann, weil sich jetzt sind 95 Millionen geflossen für Kolo Mouani, das ist eine stolze Summe. Aber nichtsdestotrotz, zu ihm müssen wir ganz einfach sagen, er hat den Vertrag unterschrieben und die Art und Weise, wie er dann mit Eintracht Frankfurt umgegangen ist, sein Verein, das ist unterirdisch. Er hat die Loyalität zu Eintracht mit Füßen getreten, er hat sein Team mit Füßen getreten, die Fans hat er enttäuscht und das alles vor so einem wichtigen Spiel, wo sie sich für Europa qualifizieren sollten. Tatsächlich eine ekelhafte Nummer von Kolo Mouani, am Ende 95 Millionen für die Eintracht, aber Transferfenster ist zu.